Heute erzähle ich euch ein Märchen aus der Basilicata, aus einer Region im Süden Italiens. Dort lebten in einem Dorf eine Witwe mit ihrer einzigen Tochter. Ach, die zwei liebten sich sehr. Und das Besondere an diesem Kind war, als es geboren wurde, da hatte es einen goldenen Stern mit auf die Welt gebracht. Und dieser Stern, der saß auf der Stirn des Mädchens. Tja, und so nannte die Mutter ihre Tochter Goldstern. Die Verwandten und die Nachbarn, die sahen das Kind gerne. Und die berührten es manchmal wie zufällig. Ja, und wie zufällig vor allem auch immer den Stern. Als würde er Glück bringen. Doch als das Mädchen schließlich in die Schule kam, da fing ein anderes Leben an. Die Kinder lachten Goldstern aus, wollten nicht mit ihr spielen. Ha, du glaubst sicher, du seist etwas Besonderes, riefen sie dann. Dann sollst du auch etwas Besonderes bekommen. Und so knufften sie sie und gaben ihr Püffe, zogen sie an den Haaren und lachten sie immer wieder aus. Auch die Lehrerin sagte, du glaubst sicher, du seist etwas Besonderes, also bekommst du auch besondere Aufgaben. Und dann gab sie dem Mädchen dicke Bücher zum auswendig lernen und die schwierigsten Rechnungen zu lösen. Aber Goldstern löste alle Aufgaben mit Leichtigkeit. Das ärgerte die Lehrerin. Und die Schüler machten sich lustig. Irgendwann wollte das Mädchen nicht mehr zur Schule gehen. Ich halte es nicht mehr aus, sagte sie zu ihrer Mutter. Ich werde fortgehen und ich werde mir eine Arbeit suchen. Die Mutter wollte zunächst nichts davon hören. Aber schließlich, schließlich, da gab sie ihr den Segen und sagte, Ich wünsche dir alles Glück der Welt auf deinem Weg und gute Menschen, die dir weiterhelfen. Und lass zwischendurch von dir hören. Dann gab sie ihrer Tochter ein Tuch mit. Darin hatte sie etwas gemahlenen Pfeffer, gestoßenen Zucker und gekochte Bohnen gelegt. Das war damals ein großer Schatz. Goldstern ging also fort aus dem Haus, fort aus dem Dorf, fort aus der Heimat und wanderte und wanderte. Und weil sie immer freundlich war und die Arbeit nicht scheute, fand sie auch immer irgendjemanden, dem sie helfen konnte. Die Leute sahen sie gerne und sagten, sie hat einen goldenen Stern auf der Stirn. Sie bringt uns sicherlich Glück. Und als sie wieder einmal unterwegs auf Arbeitssuche war, da kam sie durch einen finsteren Wald. Da stürzte aus dem Nichts ein Ungeheuer auf sie zu und brüllte, Gib mir deinen Stern, den du auf der Stirn hast, oder ich verschlinge dich. Vor Schreck hat Goldstern kein Wort herausgebracht. Irgendwann erfasste sie sich und sagte, warte, warte, ich muss mir erst die Nase putzen. Dann knüpfte sie das Tuch auf, das sie von ihrer Mutter bekommen hatte, griff nach dem Pfeffer und warf ihn dem Ungeheuer in die Augen. Oh, das heulte auf, krümmte sich auf dem Boden. Und das Mädchen konnte schnell durch den Wald davonlaufen. Am anderen Tag kam sie zu einem See und sah am anderen Ufer in der Ferne eine Stadt. Dort wollte sie hin, aber wie sollte sie über diesen See kommen? Doch schon, schon schwammen Enten heran. Ach, ihr lieben Enten, könnt ihr mich übers Wasser bringen? Wenn du uns deinen goldenen Stern geben willst, dann bringen wir dich übers Wasser. Da knüpfte das Mädchen wieder ihr Tuch auf und sagte, Ach, was wollt ihr mit dem Stern? Ich gebe euch lieber etwas Süßes. Und fütterte die Enten mit dem Zucker. Da nahmen die Enten das Mädchen auf den Rücken und brachten es geschwind auf die andere Seite. Und in dieser Stadt, da war viel Volk in den Straßen. Wow, fein gekleidete Leute, einfach gekleidete Leute und manche, die in Lumpen gingen. Egal wer, alle schauten sie Goldstern an, schauten ihr nach. Und einige, die blickten sehr begehrlich nach dem Stern. Und so verzog sie sich in eine menschenleere Gasse, lehnte sich an eine Hausmauer, knüpfte ihr Tuch auf und begann, von den Bohnen zu essen. Da kam ein alter Bettler daher, setzte sich ihr zu Füßen und bat um ein paar Bohnen. Ja, ich teile gerne mein Essen mit dir, sagte Goldstern und gab ihm die Hälfte der Bohnen ab. Und als er sich satt gegessen hatte, stand er auf. Verhülle deinen Stern, sagte er und dann ging er davon. Und weil ihr das Tuch nun leer war, band sie sich das Tuch um Haar und Stirn. Und jetzt achtete niemand mehr auf sie, wenn sie durch die Straßen ging. Allerdings wollte ihr auch niemand mehr Arbeit geben. Und so ging sie durch die Straßen von Tür zu Tür. Tja, aber niemand ließ sie ein. Und beim letzten Haus, als sie dort ankam, da waren Türen und Fenster verschlossen. Nur aus dem Keller drang ein schwaches Licht. Ach, dann lege ich mich vor die Kellertür und schlaf ein bisschen, dachte sie bei sich, denn es war jetzt mittlerweile Nacht geworden. Aber als sie die Kellertreppe hinunterging, da sah sie, diese war voll von toten Mäusen und Spatzen. Goldstern trug eine Maus und einen Spatz nach dem anderen hinauf und legte sie unter den Baum, der neben dem Haus stand. So ein riesengroßer Baum mit einem dicken Stamm und breiten Ästen. Ja, und unter diesen legte sie also die Mäuse und die Spatzen. Und dann fegte sie die Kellertreppe mit einem Besen, der dort stand. Ja, und stand schließlich selbst vor der Kellertür, schaute sie durch den Türspalt und sah drinnen eine Frau. Und die weinte und die weinte und weinte und weinte und weinte so sehr, dass sie ihre Schürze vor lauter Tränen hätte auswringen können. Da stieß das Mädchen die Tür auf und ging hinein. Und als die Frau Goldstern sah, erhob sie sich, nahm das Mädchen bei der Hand und brachte es zu Bett. Um Mitternacht, um Mitternacht weckte sie Goldstern und sagte, komm mit, du brauchst keine Angst zu haben. Dann musste das Mädchen mit der Frau eine Treppe hinuntersteigen, tiefer und tiefer, bis sie in einem Gewölbe ankamen, das war ganz dunkel. Sie hatten nur eine kleine Kerze bei sich. Ganz am Ende des Gewölbes, da lag ein kleines Kind und das wimmerte vor Hunger und Kälte. Da sprach die Frau zu Goldstern, ich kann das Kind nicht ernähren, meine Milch ist versiegt, weil ich nichts zu essen habe. Ich glaube, die Menschen haben mich vergessen. Da beugte sich Goldstern über das Kind. Und dieses streckte sie sogleich seine Ärmchen entgegen und zog ihr das Tuch vom Kopf. Da kam der Stern zum Vorschein und er strahlte in der Dunkelheit, dass das Kind vor Vergnügen kreischte und schrie. Sie wickelte das Kind in das Tuch und setzte sich mit ihm vor den Kellereingang. Und als die Menschen sahen, dass die Treppe freigelegt war vor den toten Tieren, kamen sie herbei und legten Brot und Wein vor die Tür. Ach, da freute sich die weinende Frau und weinte nicht mehr, sondern lachte übers ganze Gesicht. Weißt du, sagte sie zu Goldstern, ich bin die Madonna und durch deine Hilfe ist der Weg wieder frei. Da nahm sie das Kind an sich und konnte ihm nun, nachdem sie gegessen und getrunken hatte, selbst zu trinken geben. Und das Mädchen, Goldstern, sah auf der Brust der Madonna die Sonne und den Mond. Nun sprang Goldstern die Treppe hinauf und legte ein paar Brocken Brot und ein kleines bisschen Wein unter den Baum. Dann nahm sie die Schürze der Madonna und benetzte die toten Tiere mit deren Tränen. Und im gleichen Augenblick, da erwachten sie, die Mäuse verschwanden in der Erde, die Spatzen flogen zum Himmel hinauf und mit einem Mal löste sich der Stern aus Goldsterns Stirn. Dann nahm sie diesen und brachte ihn dem Kind. Und sie selbst, sie kehrte nun singend nach Hause zurück. Diese Geschichte hat mir meine Großmutter erzählt. Vielleicht ist sie wahr. Wer weiß.